Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead! So, wir sind so gut wie in Episode 5. Es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt 1 Stunde und 45 Minuten aufgenommen und diese Aufnahme gespeichert wurde, aber im Endeffekt irgendwie doch nicht gespeichert wurde. Nein, und es ist genau so gelaufen. Ich habe nämlich 1 Stunde und 45 Minuten ab diesem Punkt hier, ja, normal weitergespielt, aufgenommen und habe natürlich viel spekuliert, wie es normal ist in diesem Spiel. Und dann habe ich auf Aufnahme beenden gedrückt. Ich bin ja immer so, dass ich immer vorsichtshalber, sage ich mal, so eine Aufnahmesession von 45 Minuten mache. Man weiß ja nicht, was passiert, aber an diesen Tagen habe ich mir gesagt, oh, es ist gerade so verdammt spannend, komm, mach es einfach nochmal länger. Dann wurde es zu 1 Stunde und 45 Minuten. Ich habe den Knopf gedrückt für die Aufnahme beenden und ja, es wurde angezeigt, das Video wurde gespeichert. Später wollte ich es dann rendern und das Video wurde nicht gespeichert. Das heißt, ich muss wieder an diesem Punkt hier starten. Allerdings finde ich es sehr, sehr cool, dass ich eine Rückblende quasi machen kann. Das heißt, ich kann an einem bestimmten, in einem, in einer bestimmten Kapitel, äh, nee, so. Wir sind jetzt in Episode 4. Ich konnte jetzt von Episode 4, ich war, glaube ich, Chapter 9 oder so und es gab insgesamt 10. Da bin ich jetzt zurückgegangen. Also man kann dann auf die Episode 4 gehen und kann dann in die jeweiligen Kontrollpunkt-Saves gehen. Alles, was ich in der Zeit gemacht habe, wird ab diesem Kontrollpunkt gespeichert. Alles, was ich quasi jetzt aufgenommen habe, wurde zurückgesetzt, ja. Ich, das heißt, ähm, wir sind hier eigentlich wieder so, wie ich da, das, den letzten Part hier beendet habe. In der Kanalisation. So, wir wissen nicht, äh, oder ihr wisst jetzt nicht, das ist so das Problem. Ich hasse es. Ich war wirklich so richtig angekotzt, weil jetzt weiß ich natürlich, was passiert. Und die ganzen Spekulationen, die ganzen Diskussionen, die ich aufgeworfen habe, wir sind quasi jetzt, äh, muss ich neu aufgreifen. Ich stelle jetzt so ein bisschen, ich stelle mich jetzt extra so ein bisschen dumm an, beziehungsweise ich klicke jetzt auf jede Sache drauf, um nochmal die Informationen auch, ähm, also ich versuche das so nachzustellen, wie ich es gemacht hatte. So, wir sind ja, wie gesagt, jetzt in der Kanalisation gelandet. Und ich hoffe, Molly hat, äh, Kenny und Clementine, ja, zurückgebracht. Kann man ihr wirklich vertrauen? Sie hat sie, äh, sie hat ihre Waffe uns zugeworfen. Und wir rutschen hier erstmal aus, weil wir so Skiller sind. So, aber ich habe mir gedacht, erstmal habe ich erstmal wieder ein paar Tage, musste ich damit erstmal mich auseinandersetzen und erstmal durchatmen, weil das regt einen wirklich auf, wenn du eine Stunde und 45 Minuten aufnimmst und das dann alles für die Katz war quasi. So, hier haben wir ein Rohr, interessant, gucken wir mal drauf. Kann ich euch jetzt schon verraten, da muss ein Ventil drauf. Ist eine Entwässerungsanlage. Und gehen wir mal hier so lang, können wir hier noch irgendwas ansehen. Ah, da liegt was auf dem Boden. Das ist wahrscheinlich, was ist denn, ach, eine tote Ratte hier. Eine tote Maus, eine tote Ratte. Und, äh, ja, das sind ein paar Zombies, aber wir können hier durchgehen, bevor sie uns erwischen. Das könnte der Ausgang sein. Warum sagt ihr jetzt Ding an? Hallo, sie heißen Walker hier, hallo. Wir müssen uns hier beeilen, wir sehen schon wieder am Rande, da wird es so leicht rötlich, das heißt, sie sehen uns so gut wie. Und wenn wir dann zu lange in diesem Verdachtsfall sind, werden wir, wie gesagt, getötet. Und hier können wir einmal das Ventil drehen. Nach links ergibt keinen Sinn, da macht man zu, aber wir wollen es ja öffnen, das heißt, wir drehen es jetzt nach rechts. Huah! Zack, Wassermarsch. Und das zieht, glaube ich, jetzt noch ein paar Zombies an. Ah ja, hier. Das erzeugt ja ein Geräusch und die Zombies werden hauptsächlich dann auch durch Geräusche, jetzt nicht durch Witterung, sondern durch Geräusche oder eben durch Blickkontakt, angelockt. Shit. Dammit. Und der Ausgang, the exit, is blocked. So, jetzt reißen wir dieses Rad hier ab, bam. Stecken wir uns ein, natürlich in unsere Tasche. Wir haben da ja jetzt wirklich drei Sachen. Wir haben diese super Waffe drin, das Ventil und das Walkie-Talkie und das passt alles natürlich hier in unser Pöpöchen. Finde ich immer so geil. So, das können wir locker öffnen, obwohl, nee, Quatsch. Wir müssen hier mit Ruhe Gewalt wieder agieren, das heißt, wir nehmen das, was wir von Molly bekommen haben. Zack, reißen wir auf und auf mit der Tür. Aber das hören natürlich die Zombies nicht, ist ja voll leise und so. So, jetzt sind wir wieder hier. Zack, 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 jetzt beeilen wir uns, bevor wir von denen irgendwie erwischt werden. Schnell, 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 schnell beeilen. Dann montieren wir das dran und locken dann die Zombies hier hin. So. Das waren eigentlich fest eingeplante sechs Parts und, naja, gut, die muss ich jetzt quasi nachstellen. Wird jetzt ein bisschen schneller sein, weil ich natürlich viel Zeit mir auch genommen habe, was andere dann sagen, oh mein Gott, der kann das Spiel nicht. Nein, ich diskutiere gerne und spekuliere gerne und ich überlege auch gerne, wie die Person sich fühlt. Ich versetze mich zum Beispiel in den Protagonisten rein, aber viele Leute, die raffen das nicht. So, warte, ich muss hier warten und hier eher in Deckung bleiben. Weil die Zombies müssen hier wobei... Ja, wenn ich hier natürlich... Warte, geh hier hin, so. Jetzt geht das Rötliche hoffentlich weg, aber es ist immer noch da. Doch, jetzt geht es weg. So, das war wahrscheinlich der letzte Zombie und jetzt können wir nach links gehen und mal sehen, ob das wirklich the exit ist aus dieser Kanalisation. ein Durchgang. Da ist also noch ein Zombie. Ein Einzelner, damit werden wir wahrscheinlich klar. Oh, und unser Freund Chuck. Er war sympathisch und es ist fast in jedem Film so. Zum Beispiel The Amazing Spider-Man habe ich letztens erst gesehen. Ja, da werden immer die Guten umgebracht, quasi. Die schönen, sympathischen. Oh mein Gott. Sieht immer so aus wie eine Bockwurst. Hier diese Gedärme, die da draußen liegen, ne? Hm, wir schleichen uns an und killen sie mit unserer Axt. Schleich, schleich, schleich. What the heck? So, ich habe hier mit der Pistole geschossen. Mache ich jetzt auch mal. Weil ich will alles so nachstellen, wie ich es gemacht habe. So, das hat aber die anderen nicht angezogen. Das Geräusch hat die Walker aufmerksam gemacht. Allerdings habe ich ihn dann damit getötet. Und jetzt... Ah, nein! Boah, die kommt ja schon. So, und jetzt ganz schnell nach oben lenken. Sonst... Oh, jetzt... Das habe ich nicht gemacht. Das muss... Na, egal. Sie ist tot. Immerhin. Schnell weg hier. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das aufmachen können. Der bewegt sich schneller. Das heißt, die Zamas sind wahrscheinlich direkt hinter uns. Das muss ich beeilen. Die, 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 die. Und die Musik natürlich richtig dramatisch. Wie er die Treppen hochrennt. Einfach episch. Tür blockiert. So, jetzt gucken wir mal. Alter, die Musik, die gefällt mir nicht. Hier können wir auch nicht raufspringen. So. Okay, das heißt, die sind wahrscheinlich jetzt sofort, äh, ziemlich nah in der... In der Nähe. Ach ja, hier. Das ansehen. Es ist nur ein Schild. Da täuscht er sich. Ich glaube, hiermit... Jetzt sollten wir irgendwie wegschieben. Huch. Die Musik, die gefällt mir nicht. Das ist gar nicht so schlimm, dass das jetzt abgebrochen ist. Alter, der ist jetzt voll auf Drogen irgendwie. Auf Adrenalin. Hm, irgendwas war mit dem Schild. Das weiß ich noch. Schon auch natürlich wieder etwas länger her, die Aufnahme. Nein! Er geht runter, dieser... Na toll. Na toll. Alter, ey. Beim ersten Mal bin ich nicht gestorben. Ich hätte wahrscheinlich zweimal wieder... Sonst wäre sie gleich auf mich aufmerksam geworden. Das mache ich jetzt einfach mal. Schlagen. Mit O. Weil... Man drückt... In der Regel immer X. Und... Auf X ist dieser scheiß Slot... Mit der... Pistole. So. Bam. I kill you. I know you. Ha! So, jetzt haben wir... Eigentlich unendlich Zeit. Keiner hat uns bemerkt. Und jetzt können wir hier auch alles untersuchen. Ich meine, irgendwie hinterm Schild war was. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine kaputte Leiter, die ich nicht aufheben kann und nicht da irgendwie rantun kann, damit ich nach oben klettern kann. Warum? Weiß der Geier warum? Hier können wir vielleicht... Obwohl, nee. Das haben wir ja auch schon probiert. Das reicht auf jeden Fall nicht durch... Äh, aus. Solche fetten Stäbe da irgendwie... kaputt zu hauen. So. Und die besten Kommentare sind dann ja auch immer... Äh, hättest du das und das gemacht? Das wär besser für die Story gewesen und so. Bist du dumm oder so? Da kann ich nur zu sagen... Man spielt das Spiel blind und hat vorher zum Beispiel noch... sich nicht spoilern lassen. Was auch eigentlich verständlich ist. Und, ähm... Ja, man weiß auch nicht, wie sich das auswirken wird. Das sieht man dann, wenn man die Entscheidung getroffen hat. und was besser ist und was schlechter ist. Das interessiert mich nicht. Jeder hat seine eigene Meinung und so. So. Jetzt versuchen wir mal da ranzukommen. Ach ja, jetzt springt er dagegen. Jetzt wird das ein bisschen locker und da sehen wir... Da können wir vielleicht dieses Schild abheben. So war das, genau. So. Zack, nehmen wir das mal und schieben es weg. Weg damit. Ein kleines Loch. Führt es uns zu Ratten? So ähnlich auf jeden Fall. Nein. Lass es dir nicht gehört haben. So, mal sehen, wo wir da hinkommen. So, und dieses Loch hier führt uns, wie ihr gleich sehen werdet, ich werde es gleich anschneiden, wenn es soweit ist. Sieht hier so sauber aus. Genau, hier sind Atomschutzbunker mit vielen Vorräten. Hier sehen wir zum Beispiel Essen. Und, äh... Das sieht alles noch sehr frisch aus. Das heißt, hier war wahrscheinlich noch keiner. Oder aber auch, hier war einer und... Das sehen wir jetzt. Die haben sich breit gemacht. Und zwar sind die alle aus einer Selbsthilfegruppe. Die sind alle von Krebs infiziert. Waren alle von Krebs infiziert. Ich will keinen Ärger. Ich werde jetzt alle so nahe stellen, wie es war. Beruhigen müssen wir uns. Und da sind die rausgeworfenen von Crawford. Wir haben ja im letzten Part erfahren, dass die Schwachen... Natürlich ist es wahrscheinlich, dass sie jetzt etwas auf Krawall gebürstet sind. Weil von Crawford, die sind echt schlimm. Und man merkt schon, wir wollen nicht... Oder er will nicht töten. So, jetzt müssen wir die... Jetzt müssen wir ganz schnell antworten. Das heißt, ich werde jetzt... Kurssteller sein. Reden ist... Nicht schlecht. Vor allem, wir brauchen hier auch später, auf jeden Fall. So, wir nehmen jetzt ganz langsam die Pistole. Hier bin ich nämlich einmal gestorben. Ich Profi. Ich sag ja auch nicht, ich bin der Beste. Bin ich nicht. Ganz klar. Aber hiermit haben wir schon bewiesen, dass wir nicht böse sind. Dass wir jetzt nicht töten. Wir sagen die Wahrheit, obwohl wir ihre Waffe jetzt haben. Daran sehen sie das, ne? Wir sind weg, als sie das Platz begonnen haben. Wir haben angefangen, dass wir nicht die sicken und die alten, damit die perfekte Überzeugung der Gesellschaft nicht gefährdet werden. Einerseits kann man die natürlich ein bisschen verstehen, andererseits überhaupt nicht. Und dieses Andererseits, das ist auf jeden Fall viel, viel dominanter. Wir sind in Remission. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben bereits fünf von uns geschlossen, bevor die restlichen uns geschafft hat, zu holen und sie von ihnen hier abhauen. Dieses alte Basement hat für Jahre verabschiedet. Risiko für einen Rückfall bei Krebs, Infektionen. Es ist natürlich eigentlich relativ, naja, nicht hoch, aber schon höher. Sag ich jetzt mal einfach. Wir suchen ein Boot. Und Ehrlichkeit, das ist wirklich das Wichtigste eigentlich, mit Vertrauen und alles. Ich versuche immer hier positive Ausgänge zu provozieren. Und wir wollen seine Hilfe. Wir beanspruchen sie. Und ihr werdet dann auch sehen, wofür wir sie brauchen. Also das wird dann, ich will jetzt nicht sagen, fester Team. Zuwachs. Wir können euch helfen, wir haben Medikamente. So, wir sagen da, die Wahrheit natürlich. Lügen, das dürfen wir nicht. Also, ist ganz klar. So eine Konversation darf nicht auf Lügen aufgebaut werden. Nein, wir bleiben ehrlich. Wenn schon, denn schon. Das bringt uns hier am Anfang vielleicht nichts, aber später kommt vielleicht heraus, sie ist doch nicht unsere Tochter. Hä, du hast uns doch gesagt, sie ist deine Tochter. Er erkennt natürlich die Kanalisation, weil sich seine Gruppierung, seine Gruppe, da dachte ich, er hat sich jetzt mit mir umarmt, hier in der Kanalisation lebt und er natürlich weiß, wo es raus, wo es reingeht. Und anscheinend ist seine Frau ein bisschen mitgenommen, geschwächt und, und, und. Er kommt mit uns. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und zeigt uns jetzt den Weg zurück. Wie geht es Clementine, wie geht es Kenny und wie geht es Molly? Wir sind zurück. Und wie reagieren die anderen darauf, dass wir jetzt noch einen mitgebracht haben? Bestimmt überhäufen sie mich jetzt mit Fragen. Da sehen wir Molly und wo sind die anderen? Molly? Oh, hey, du hast es zurückgebracht. Wer ist das? Er hat dich nicht über mich erzählt? Entschuldig, ich glaube. Ich bin derjenige, der hat das Böden auf ihn, als er mich zurückgebracht hat, zu schnappen, nach dem Riefer. Wer ist das Fossil? Das ist Vernon, er ist ein Doktor. Er hat mir geholfen, nachdem wir hier verabschieden wurden. Ich glaube, du hast etwas, das mir gehört. Zu mir. Oh, ja, stimmt. Ähm. Hier, bitteschön. Hat mir gute Dienst geleistet. Sieht ein bisschen verbogen aus. Also, so lange hält das auch...